Eure durchräucherte? Darf ich vorstellen, der persische Gesundheitsminister? Ich dachte, durch Rhönland. Halt! Bevor du hier zu singen anfängst, denk dran, mir bruch ich in der Kredit nie. Wir können auch ohne die EU. Also was willst du? Mein König und ich wollen später rauchen. Hörens, mir haben die Rauchverbot. Auch in der Öffentlichkeit. Ja, das gilt doch für Besucher und Besatzer, wie ihr seid. Mein Gott, was in der Stimme? Ist die heiser? Nein, da kommt man 20 Jahre und Entlerauchen. Und da hat er flungen und ohne Filter. Da hilft nur inhalieren. Ja, rauch doch auf in die Schlotte. Ja, Zigarren, deswegen bin ich auch so braun. Bitte, wir wollen doch nur ein bisschen entspannen und chillen. Bei uns in Persien gibt's nur Wasserpfeife. Da verschlucken wir uns immer, immer das heimliche Rauchen. Blablabla, wenn der so weiter labert kriegt der Ohrenkrebs. Mann, Jotz. Und ihr habt doch diesen tollen Tabak hier. Ach ja, wie heißt er noch Silage? Wir müssen immer unsere Kameldung trocknen und dann reinziehen. Urgräßlich. Und denkt an die Steuereinnahmen. Mhhh-mmh-mmh-mmh-mmh-mmh-mmh-mmh. Nee. 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 Das geht jetzt hin in die. Aber denkt doch an die Tabaksteuer! Du kannst mich mal! Und ihr Spartaner tragen eure Brusthaare doch im Gesicht! Ich dachte, das war doch nur ein Witz! Du nennst mich Gesichtrauchen wie der Ärger! Ich will doch nur eine Fluppe rauchen! Wo ist der Aschenbecher? Tabakrauch ist gesundheitsschädigend, nicht nur für Personen, die aktiv Tabak rauchen, sondern auch für alle, die den Rauch anderer einatmen. Selbst der Rauch einer einzelnen Zigarette führt dazu, dass die Gesundheit anderer im selben Raum geschädigt wird. Über die Schädlichkeit des Passivraufen besteht da kein Irrtum. Bitte nur eine Zigarre! Auch telepathisch hab ich die Stimme! Driss Roche! Der Aschebecher ist hinger dir! Ja! Waaaaaaaaaaaaaaaaaah! Vielen Dank.